Beispieltext Betreff Tipps für eine bildungsreiche Reise nach Rom Hallo lieber Familienfreund Es freut mich sehr, dass ihr eure bevorstehende Reise nach Rom auch als Bildungserlebnis für eure Kinder gestalten wollt. Ich finde das eine großartige Idee. Bei meinen Reisen versuche ich stets, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Bei meinem letzten Besuch in Rom habe ich eine geführte Tour durch das Kolosseum gemacht. Es war nicht nur informativ, sondern hat auch die Geschichte für mich lebendig gemacht. Für eure Reise würde ich empfehlen, ähnliche Aktivitäten zu planen. Besucht historische Städten wie das Kolosseum, das Forum Romanum oder den Petersdom. Für Kinder könnte auch ein Besuch im Explorer, dem Kindermuseum von Rom, interessant sein. Es bietet viele interaktive Ausstellungen, die sowohl lehrreich als auch unterhaltsam sind. Ich hoffe, dass diese Vorschläge hilfreich sind und wünsche euch eine unvergessliche Reise nach Rom. Mit freundlichen Grüßen Dein Name